moin moin hallo und ein herzliches willkommen schön dass ihr dabei seid bei der zwölften folge von knallhart durchgenudelt elden so irgendwann ist auch noch genau wie mit dem spiel elden ring das erste mal so und dann wollen wir heute mal weiter gucken und den süden ein wenig mehr unsicher machen und schnüffeln uns jetzt durch eine burg durch und wie weit wir da kommen schauen wir uns jetzt an so weiter geht weiter weiter auf der burg leiter was für ein schlechter rein aber wir sind ja nicht zum reinen wir sind ja hier um die burg klar zu machen so kurzer blick noch das schloss hier sind wir ja reingekommen den riesen haben wir ja weggenebelt der war ja gar nicht so schwer und da sollen wir jetzt hoch aber ich will mal was ausprobieren nur mal so zum testen so was passiert jetzt und was ist da drunter nichts schade ich dachte vielleicht wäre da noch was aber dem ist leider nicht so 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 oben angekommen hebel ziehen jetzt können wir nicht wohl einfach nur wie gesagt mal gucken ob da vielleicht noch was ist manchmal hat man ja das glück aber diesmal ist es nicht so und mein claimer wollten wir auch noch auf motzen gut das spiel nochmal von vorne gucken wir erstmal hier boah das war lame ein schmiedestein oh geil eigentlich müsste ich zum schmied okay ähm ambrustzeit und magiezeit oder fackeln nein magie vom hast du sang sieh und ho妳 im aus sieh 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 Fuck Das war meeeega Schlecht Aber sowas von mega schlecht Fuck Komm machen wir das jetzt Halbinsel der Tränen Da sind wir Da gehen wir gleich wieder hin Aber erstmal wollen wir Zur Tafelrunde Oder wollten wir Erstmal noch was gucken Hütte Hütte des Kriegsmeisters Glaub ich Hier müssen wir hin Und zwar wollte ich eben noch wissen Was die Olle von mir wollte Damit wir die Kriegsasche Und alles auch leveln können Aber dafür fehlt mir ja noch irgendwas Ich glaube eine Puppe Oder irgendein Blödsinn Das war schon mal Doch das war die richtige Die wollte irgendwas von mir Wo musste ich die noch abgeben Scheißen Dreck Ähm Puppe Und dann geht es Also Ich glaube Untertitelung des ZDF, 2020 Hiermit, so wie an der Kriegsarsche, könnt ihr Waffenorten der Gnade, Neukommen, Achso, ja, das war ja das. Ich habe keine Ahnung wegen der Puppe, ey. No fucking... Oh no. Medaillon. Oh. Jetzt macht der heilige Skorpion-Talisman auch Sinn. Untersuchen mit X. Eine Flasche der Wunderner liegt noch immer in der Kirche von Marika nördlich des Nebelwalds. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunktes an den Straßen durch Limgrave. In der Festung Geil in Kellett gibt es eine Passage nach Schloss Rotmähne. In der Stadt Sela gibt es eine geheime Höhle, sucht hinter dem Friedhof an der Spitze. Tötet den Anführer eines Pöbels von Halbmenschen stets zuerst, dann wird der Mut seiner Schergen nackter Panik weichen. Trotzdem habe ich jetzt keine Ahnung wegen der Puppe. Hm. Habt ihr die Puppe schon abgegeben? Wo war denn... Hainhöhle? Hat der Compton... Limgrave. Da ist der Tunnel von Limgrave. Hainhöhle? Also nochmal. Hainhöhle? 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 Also nochmal. In der dritten Kirche von Marika nördlich des Nebelwalds überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden. In der dritten Kirche von Marika nördlich vom Nebelwald. Ist das der Nebelwald? Ja. Da ist die dritte Kirche. Okay. Da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Da haben wir doch die Flasche oder irgendwas bekommen, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. War das unsere Arznei, die wir da bekommen haben? Wo ist das? Bin ich ja schon. Ah... Noch immer in der dritten Kirche... Oh... Da haben wir ja alles geholt. Da war ja... Das Ding hier drin. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunktes an den Straßen durch Limgrave. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts an den Straßen durch Limgrave. Das kann ja nur hier sein, oder? Tunnel von Limgrave. Das ist Limgrave, an den Straßen von Limgrave, irgendwo hier an einem Wegpunkt. Ruinen vor dem Tor, also müssen, irgendwo hier lauert einer. Dann gucken wir nochmal in den Ruinen nach, vielleicht haben wir da ja was verpasst. So, jetzt noch einmal, guter Letzt. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts. Aber hier haben wir alles gecleared, komplett. Zig mal. Gucken, dann reiten wir das mal ab. Hier ist doch irgendwo der Drache, oder? Ich weiß nicht, waren wir bei der Statue schon? Ich glaube ja. Alles so viel, alles so viel. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass wir die... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, ob hier noch was war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Krabben. Müssten wir auch noch mal nachgucken. Ey, leck mir die Eier. Komm mit dem Pferd nicht klar. Nein, den falschen Trank. Ich will doch den Reiter. Da ist auch noch was. Wie kommen wir denn da runter? Wahrscheinlich von hier. Gucken wir noch mal, ob wir da runterkommen irgendwo. Heile. Oh, hier haben wir noch. Die Items vergessen. Und schauen wir mal, was wir unten noch kurz entdecken können. Ach komm. Ist doch zum Kotzen, ey. Komm, mach schon, greif an, mach irgendwas. Oh, diese Viecher nerven mich so ab. Ich habe noch mal, was wir da runterkommen. Okay, schonmal weg? Feuerfeld! Sun-Kill! 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 ach komm schon du altes misst wie menschenknochensplitter ach ne die habe ich ja erledigt warum schimmelt das hier so da komme ich nicht hoch platte goldene rune 3 ich glaube da vorne waren die skelette oh hier ist auch irgendwas oi 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 das sieht hässlich oi 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 ganz schön stark das gibt oi 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 Die gute alte Giftblüte, da, da wollten wir noch hin. Ach du Scheiße. Da bin ich auch noch gar nicht bereit für. Ja genau. Da bin ich noch gar nicht bereit für, fuck die Wand dann ey. Der macht mich ja fertig. Mist, ich wollte doch eigentlich jetzt zum Schmied, das war doch der Plan. Aber jetzt weiß ich wenigstens wo der Drache ist, geil. Boah, was bist du denn? Kampfpudel? Fuck. Macht mich da so ein alter Kampfpudel platt. Oh, die beten. Stören wir gleich mal die Zeremonie hier. Burn. Aua, Aua. Aua. Alter. Huh. Heftig. Aua, ein Fragment. Und... Okay, alle schon zu Ende hier? Ne. Ne. Oh. Ne Höhle. Aber ich glaube, da war ich schon drin. Oder? Ne. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Wir gucken gleich mal nach. Weil dann können wir sie nämlich markieren. Und streicht. Oh, da. Hm. Geil. Wieder ein Schlüssel. So einfach ist ein Pudel. So einfach. Wo wurde mich denn erledigt? Was ich meinen Crap wieder kriege. Bevor ich in die Höhle steige. Todesmutig hole ich mir meinen Shit zurück. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir da in der Höhle schon waren. Oh, oh. Zu viele Ratten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Gefangen in einer Transporterfalle, was ist das denn wieder zur Hölle? Kein Plan, was das ist. Komme ich hier wieder raus? Gravitationssteinfächer, Gravitationssteinbrocken. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es Magier waren. Krass. Da bin ich ja mal gespannt. Ey, geil. Erstens Höhle, rechts versuchen. Okay. Oh, fuck you. Äh, wie krieg ich den denn jetzt weg? Nein! Nicht Armbrust! Fuck! Gott sei Dank habe ich nicht viel verloren, aber immerhin ärgert mich schon. Ich hab den einen schönen Gebäckstack. Ich will nichts davon, hör mal auf! Ah, okay, damit bin ich zu schwach. Ähm, wie war das noch? Oh, Y. So. Aua! Was war das jetzt? Da ist auch noch einer. Wie kriege ich den da runter? Ich muss mich erst um den da unten kümmern, okay. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir müssen nur erstmal checken, wie. Aber, okay, jetzt versuchen wir das nochmal. Also, ich versuche ihn mal mit Magier anzubrennen. Bringt nicht viel. Oh ja, Feuer bringt schon was. Feuer bringt sogar gut was. Nice! Nein, Mann! Ich... Ich... Einfach... Warum habe ich wieder diese scheiß Armbrust da drin, ey? Ja, Mann! Unglaublich, wie dämlich, ey! Manche lernen später, ich noch viel später. Okay... Äh... Wo bist du? Da bist du? Komm mal her... Nummer eins... Nummer zwei... Oh! Shit! Wie krass ist der denn? Dagegen sind die anderen ja... Pilleppel... Okay, ich habe auch vergessen, mein Mana Shit aufzuladen. Dann hätte ich ihn bestimmt bekommen. Dann hätte ich ihn bestimmt bekommen. Ah... Oder ich hätte versuchen müssen, ihm eine Ladung von dem... Von der Heiligen... Kraft an die Schnauze zu ballern. So wie ihm jetzt. Oh shit! Shit! Aber es hat nicht mehr viel gefehlt. Magie hatte ich noch genug, aber ich habe es verkackt. Ich hatte ihn mit dem Heiligen Schaden noch eingeben müssen. Ich glaube, es hat ihn gut platt gemacht. Probieren wir es nochmal. Mal. Okay. Ja, das stimmt... Ich habe noch nicht mehr überhören... Die Schmiedestein. Guck! Mh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, markier den doch an, ey Wie auch will er noch schießen Aber 612, ey Wo ist der andere? Da unten Boah, wie viel hat er noch? Ähm... Was sagt meine heilige Klinge? Wo ist der Dicke? Oh oh Da Wow Aber wir haben nicht mehr viel Gesprungener Kristall Okay Das sieht nach sehr viel lootbarem aus hier Oh, wir müssen unbedingt Fast hätte ich es verkackt Trinken Da kommen wir auch noch irgendwie rüber Ja, aber jetzt Kann ich mal ein Pferd rufen? Na Oder wir kommen von da aus zurück Das kann auch sein Ne, schade Ich hab gedacht Da kommen wir weiter Ich hab gedacht, da kommen wir weiter Alter, da macht mich hier fertig Alter, da macht mich hier fertig Hier brauche ich die Kristalle denn Schmiedesteine Schmiedesteine Nice Und, und, und Schimmerstein Überrest Okay Aber da komme ich jetzt nicht hoch Oder Komme ich da über die Wand hoch Achso, das ist der andere Weg Ja, genau Ja, ja Da liegt auch noch ein Item Vorsicht vor Gegner Da oben Das ist doch eine Qual Das ist doch eine Qual Zwei Drei Vier Fünf Och man, ey Das wird jetzt eine Ewigkeit dauern Freunde Ist doch runtergefallen Na So Jetzt haben wir ihn aber gleich Weggechießt Oh, ich dachte ich hab ihn Dann noch einmal Prost So Jetzt kriegen wir ihn aber Jetzt chillt er Und Ciao Ciao wo ich die Kristalle wohl brauche. Schmiedestein 5. Eui, eui, eui. Das ist doch noch einer. Na, was kriege ich? Verblah, irgendeine Blume. Ein Ruhnbogen. So, Hütte und alles war ja clear. Da sind wir gespawnt. Ein Gräberstab. Was zur Hölle ist ein Gräberstab? Steingräber, Zaubereien. Kein Talent. Besitzt die Waffe in der anderen Hand. Ein Talent, wie dieses Talent verwendet. Okay. Verstärkt. Steingräber, Zaubereien. Aber die habe ich noch nicht, glaube ich. Goldene Ruhne, 5. Da kommt jetzt bestimmt gleich ein Bass. Verborgener Pfad voraus. Jo, genau da. Okay. Ich muss mir das merken mit dem Schlag. Gut, da haben wir nämlich schon mal eine Überlebenssache. Und da ist bestimmt ein Boss gleich. Verrotten voraus. Feulnisfett. Wiebhaber voraus. Oh, mein Fernseher will sich ausstellen. Nein, bitte nicht. Ähm, Gnade, Brion. Jetzt schauen wir uns einmal um. Und gucken ganz voll Dutz. Wo sind wir hier? Ich kann auch nirgends wohin beamen. Wenigste Tafelrunde auch nicht. Kein Kopf voraus. An Orten der Gnade könnt ihr aufrufen. Zauber lernen. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken. Oder ein heiliges Siegel, um Aufrufung zu sprechen. Ja, weiß ich. Ich hab ja nur Feuer und Gift. Ich hab ja gar nichts mehr. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Oh, hier ist Feulnis. Genau. Boah, wie lange nebelt der sich ein? Wow. Ein Headknocker und weg bin ich. Heftig. Auto muss jetzt durch. Ich kann das Schwert leider nicht ändern. Ähm, da lang. Hier entlang, Attacke. Oh, er hat's nicht geholt. Nimm doch mit. Nein, schon wieder den falschen Trank. Verfluchte Naht, ey. Oh. 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 Sonst geht's noch. Die drehen ja völlig am Rad. Ich meine, wenn du einen hast, okay. Aber wenn du jetzt deinen ganzen Batzen hast, bist du aber auch am Arsch. Die drehen ja permanent nur rum. So, wo lag mein Crap jetzt? Da. Aber was soll ich jetzt hier? Was mach ich hier? Wo muss ich lang? Wohin? Was ist der Weg? Wohin? Wohin und aus. Gibt's nix für Kaldit Und das machen die Kleinen Boah, die nimmt ja gar keinen Schaden Okay Wow, was kann ich gegen Schallachbeule machen Äh, Inventar Boah, die kann sogar distanz, nein Ich dachte, die hat das nur zum beschützen Aber ich habe einen Teil wenigstens gegen Schallachbeule da Wenn meine Not am Mann besteht, kann ich es wenigstens benutzen Schallachbeule Lassen sich doch was einfallen Ähm, wo bin ich denn jetzt Okay Mein Crap liegt da vorne Okay 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 Okay. Goldene Rune. Giftblüte und Meteoritenstab. Ich habe ihn gefunden. Ein Zauberstab. So, was sagt der? 25 plus 2. Was hat der denn Aufrufskala? 111. So, lass mich in Ruhe. Ich muss meinen Stab ausprobieren. So, Stäbchen. Wo bist du? Da. Oh, den kann ich gar nicht benutzen. Weisheit 18 brauche ich. Weisheit 18. Verstärkt Stein. Verstärkt Gravitationszauberei. Und der versteckt alles, oder? Na gut, dann lassen wir den erst mal. Können wir noch gar nicht benutzen. Schade! Oh oh. Heimtückische Biester. Wer war das denn? Die rastet da voll aus. So, dann kommen wir jetzt mit dem Pferd weiter. Weil das Pferd ist ein Geist. Und von daher können wir uns mit dem Zeugs nicht anstecken. Nur wenn wir zu Fuß laufen. Muss? Okay. Jetzt können wir den Magie-Shirt auch trinken. Und gehen wieder zu der Flasche. So. Alles klar. Schon wieder eine Winneger. Okay. Auch eine Winneger. Auch Realität. Oh ey, wie viele Blumen kommen denn da? 1.146. Lass mal gucken. Wie viel gibt's für die Blume? 54. Das ist nicht die Welt. Okay. Gutes Reisen. Reisenden Kleidung des Reisenden. Handschuh und Hose. Und Parfümflasche? Okay. Und wenn wir die Parfümflasche auch mal danken dann. Und da ist auch noch ein Item. Ein Gift fix. Oh Gott. Wo müssen wir denn noch hin? Die Ruinen haben wir abgeklappert. Wow Oh oh Shitty shit Das sind natürlich viele Vielleicht Ähm, da die Richtung Zum Beispiel so Zum Beispiel Zum Beispiel Zum Beispiel Zum Beispiel Zum Beispiel Komm schon Gift dich weg hier So in welche Richtung war jetzt mein Stuff da Zum Beispiel Zum Beispiel Oh Oh Noch 16 Volts nicht, muss man langsam mal wieder welche nach besorgen Zum Beispiel Zum Beispiel Das war's. Das war's. Und wieder 3000. Hier war doch nur einer. Wollte ich doch schon sagen. Jawoll, ja. Ja. Jetzt gehen wir gleich in die Grube rein. Wollen aber nur noch einen kurzen Blick hier reinwerfen. Was hier noch war. Gegner mit Sensen. Oh, nee. Äh. Okay. Das war schnell. Aber ist auch fies, ey. Kriegst du da voll Gift-Scheiß am Arsch. Boah, wo bin ich denn? Uuuuh, das ist aber ganz weit weg. Gut, das können wir jetzt knicken. Oh, irgendein Geist-Kram haben wir gekriegt. Ah, wie niedlich so ein kleiner. Aber wir haben wenigstens den Ort der Gnade noch erreicht. Das ist okay. Da kann ich mich nicht beschweren. Auch wenn's sonst nicht so gut lief. Was will ich denn? Jetzt schon wieder. Ich kann auch nirgendwo zurück, weil ich nicht mal weiß, wo zurück ist. Das ist auch wieder ein großer. Tür. Ja. Schön. Schön. Ich bin drin. Schön. Ich bin drin. Das ist gut. Ich bin drin. wow letzter Ort der Gnade aber ich bin nicht, wo ich war Status Prost 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 Sagt mir jetzt auch nicht viel. Oh, au. Nicht mit mir. Not this time. Tür. Oh, okay. Das war's. weg mit euch giftfett ich hab keinen plan wo ich hier bin es 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 Ah, der Kleine schon wieder. In dein Gesicht, Junge. Gemälde Rotmähne, okay. Habe ich das jetzt mitgenommen? Scheinbar. Okay. Und dabei wollte ich nur zum Schmied mal eben ganz kurz die Waffe aufleveln. Und wo endet das? Boah, du Drecksack. Mann. Wie komme ich hier raus? Ich will nur zum Schmied. Oh, da ist aber eine Gesundheits, glaube ich. Oder? Ne, da ist eine Glut. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich da wegkomme. Ich weiß noch nicht, ich bin irgendwo in der Kiste gelandet, dann in der Mine. Und dann irgendwo am Arsch der Heide. Da hinten liegt mein Shit. Und jetzt habe ich auch vergessen, wo es runterging in diesen Untergrundkram. Nur weil ich mal eben gucken wollte. Und dann bin ich. Und jetzt habe ich auch komplett den Überblick verloren, weil ich gar nicht mehr weiß, wohin waren wir hier schon durch. Die Stadt, ja. Hier sind wir gewesen. Nein, da sollst du nicht hin. Ja, wir kommen zum Item. Von dem Baum. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich darüber komme. Hm. Haben wir sonst noch irgendwas auf den Dächern? Da hinten die Kugel. Oh, da oben ist irgendein Feuer. Himmelsdrehen, Skarabeos. Warum kann ich da hoch? Alles so mysteriös. Oh, was ist denn hier? Es wäre Feuer. Flamme entzünden. Irgendwo in der Stadt würde ein Siegel gebrochen. Oh, okay. Okay, mal gucken, ob wir den da vom Dach holen können. Haha. Haha. Shit. Der kann ja Feuer spucken. Haha. Shit. Wie kriege ich den da jetzt weg? Wie kriege ich den da jetzt weg? Nein, keine Munition mehr. Fuck. Okay, wie komme ich zu dem Baum darüber? Oh, lieber. Ähm. Buh. Jetzt jetzt langsam. Kommitsch. Nein. Nein, nein. Oh, bleib da oben. Oh, der hat schon verschwindet ja. Den hätte ich mit der Armbrust platt machen müssen. Scheiße. Da ist er ja. Und ich habe keine Pfeile mehr. Nein. Äh. Was haben wir hier? Großpfeil. Äh. Ballistenbolzen. Probieren wir es mal damit. Äh. Äh. Fast nicht. Shit. Ist bestimmt ein wichtiger, ey. Äh. Da gibts. Was ist denn? Ich probiere mal was. Nein. Anderes wollte ich sagen. Aber. Shit. Ah. Irgendwo ist ein Siegel gebrochen. Aber wo? Oh. Rück hier. Nicht mit mir. Ich bin schnell überhaupt nochmal hochgekommen, ne. Ja. Ae ey, nineä. Was? Wow, ich bin gerade ein bisschen überfordert, ey. Ohne Scheiß. Aber alle weg. Nee. Hier war ich doch, ne? Genau. Wieder ein Huhnbogen. Ich will doch nur zum Schmied. Es sind alles Gebiete, wo ich noch gar nicht hin will. Ich will doch nur zum Schmied. Warum lau ich dir jetzt wieder rein? Unbelievable. Mein Plan ist ja einfach rauszukommen und erst mal zum Schmied, bevor ich irgendwas mache. Und die Frage ist, wie zur Hölle komme ich da raus und wieso ist er unsichtbar? Was denn? Ich bin Das war's. Das war's. Ein heiliger Lichtring. Geil. Aber ich hab den richtigen getroffen. Ich bin in so einer Sackgasse. 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 Und so einer Sackgasse. Ich bin in 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 so einer Sackgasse. Komme ich bei dir raus? Nein. Das ist wieder ein Wegpunkt mit einem Geheimnis. Okay. Ich bin immer noch nicht raus hier. Ist ja Wahnsinn. Ihr könnt erst zu einem Ort der Gnade reisen, wenn ihr an allem rastet. Okay. Fuck die Wand an. Nein, das war ein Akt der Verzweiflung. Und da bin ich irgendwo gelandet, wo ich gar nicht hin wollte. Irgendwie auf einmal. Ich fühl einen Blitz. Flammenschleuder schleudert einen tosenden Feuerball. Was ist denn jetzt hier mit dem Buch, mein Kollege, was ich gekriegt habe? Wo haben wir es denn? Hier. Wir müssen uns studieren als Zauberer, oder nicht? Scheinbar nicht. Hier war ja das krasse Teil. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Na, jetzt gucken wir mal. Schwert. Welches nehmen wir denn? Oh, das Klamour. Da brauche ich Geschicklichkeit 13. Gewicht sind so alle gleich. 13 Geschicklichkeit, das sollten wir noch hinkriegen. Aber ich glaube nicht mit dem, was wir jetzt haben. Mal. Das kriegen wir nie im Leben hin. Ein Level können wir aufsteigen vielleicht. Geschicklichkeit, Brüder. Wo ich zwei Level Geschicklichkeit, die ich fahren muss. Das sind knapp 22, 23, 24.000. Und erst dann kann ich das schwer tragen. Das ist die Frage. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Weil eigentlich, dieses Plus, dieses mit 55, das ist schon irgendwie geil. Aber, aber, wieso zählt mir das? Achso, ja, weil ich die Ambrust noch hab. Minus 55. Ei, 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 ei. Ich weiß nicht, ob ich das da jetzt rein verschwenden soll. Das, ähm... Stört mich gerade ein wenig. Grießasche. Oh, kann ich gar nicht. Schmiedestein, zwei. Welche? Zwei von sieben. Oh, ich hatte schon gerne diese Geschicklichkeit-Scheiße, ey. Umso lange können wir ja mal mit dem Schwert hiervon arbeiten. Was nehmen wir denn jetzt? Großschwert, das Getreuen, Bastardschwert. Nehmen wir das hier jetzt. Plus drei. Zwei haben wir nur gekriegt. Scheiße, ey. Wir haben nicht genug. Oh! Oh! Das war's für heute. Eieieiei Das ist nicht bestimmt andere Rüstung Das hat denn der 5,1 Das hat denn der 5,1 So, dann sind es so die Kriegsasche Was ist das? Giftiger Nebel Ne, wir nehmen den ne So Dann waren wir bei der Burg stehen geblieben So 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 It's going too easy. It's going to be 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 too easy. Kleine Taktik, ein Stück zurück und dann kann ich mit dem Paarstuhl gleich meine Scheiße holen. Okay. 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 Das habe ich jetzt ein Tempel statusiert. Aber auch viel Glück gehabt das muss man auch dazu geben. mehr Glückwunsch als Verstand. Wow, der hat aber gekriegt. Das war der richtig Power, das Schwert. Bums hat es richtig. Oh, Material, die haben wir sammeln. Was lag da? Oh, Schmetterling. Oh, Schmetterling. Verdient, es verdient, es verdient Hoffentlich kriege ich mein Schild wieder Ich hätte auch mal ein bisschen mit Heiligen Schaden ausprobieren können Ja Was Woh 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 10.000 ruhen weg ja ich hab's geschafft aber ist auch halb so wild denn wir machen jetzt eh Schicht machen wir beim nächsten mal weiter genau wo wir hier aufgehört haben würde ich sagen klingt das nicht in ordnung ja ich finde das klingt in ordnung falls ihr Bock habt seid beim nächsten mal auch wieder dabei würde mich sehr freuen auf jeden fall dass wir noch in der burg das des rätsels lösung finden und vielleicht da noch den boss finden oder mini boss wer weiß vielleicht kriegen wir auch noch ein schönes extra da als bonus mal gucken das finden wir noch aus wenn ihr beim nächsten mal auch wieder dabei seid und das hoffe ich ja wirklich sehr und ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye bye euer family geil ciao